ja er hatte da sind wir wieder genau auf demselben bild wie es damals aufgehört hat das war nur zwei tipps für mich autobus hohe holte der hat sich auch noch mal tot um tier geschmeckt das glaube ich dir sehr gerne du abartiges kind alter ich versuche jetzt mal was was versuchst du denn kaufe mir den gettlinglauf der ist scheiße der ist extrem scheiße nein der ist extrem geil ich habe dir gesagt ich habe den gettling nach was ist das los kostet ja nichts doch atome es nesten was hast du denn da ich schlage gerade meine oberstenke kaputt mach das nicht Warum denn nicht? Vielleicht brauchst du die noch? Zweifelig Ich habe jetzt nicht verstanden, was für ein Modus stehen wir denn jetzt? Schluchtgewinnung Aber Lull Wer ist der Sammler? Weiß ich noch nicht Lull Ich Dann sammel Sammel schneller Junge Ich sammle doch schon wie ein ähm Geh Baumwolle pflücken Nein, nicht rassistisch werden Nein Scheiße Ich bin so schlecht gerade Kai bist du wieder schlecht? Ich muss mich gerade selber retten Alter Mein Halber ist alles weg, Alter Alter mein Halber ist alles weg, Alter Oha Wer hat mich gerade richtig krass gesnipert, ey Okay, das war's mit mir Leider war's das bei mir Wer ist jetzt der Collector? Ich nicht Das dauert ja auch mal, bis das entschieden wird, ne? Ja, ich habe gerade den anderen Collector gekillt Ja, ja Wie kannst du sagen, dass der Gettling glaub scheiße ist, Alter Ich finde ich voll schnell jung Ja, aber der ist unpräzise auf Distanz Ja, aber auf Distanz habe ich noch eine andere Waffe Alter, da hab ich noch eine andere Waffe Der Maul Geh mal reiten Auf deinem kleinen Pony Nein Ulte, hab ich Glück gehabt Wieder mehr Glück als Verstand, Junge Boah Wer tanzt denn da? Nein Alter, Brenne, du hässliches Helga, Junge Ich kann das gar nicht, ich kann das gar nicht realisieren, dass du besser bist als ich gerade Das ist für mich irgendwie voll so ein Schlag in die Fresse gerade Tja, passiert, ne? Ich sag nur, mir gefällt dieser Lauf irgendwie Oh ja, bitte schieß mich ab von hinten, ich möchte gar nicht leben Das ist der Jünger, das wahrscheinlich auch gemacht Oh! Egal, wir haben uns gegenseitig gekillt, das ist, das ist mir eine Befriedigung Aber warum sind wir so schlecht, was ist mit unserem Sammler, Junge, mach mal was Was? Was taucht das dem Sammler? Das ist geil, Junge, Sammel, Junge Ich hab den anderen Sammler gerade getötet Ja, müssen wir uns nur auf den konzentrieren, eigentlich Oh, wo ist der hin? Scheiße, okay, das war nicht so gut Leute, Triska war doch eben auch schon mit dabei, oder? Im Gegner-Team? Kann sein, weiß ich gar nicht Der ist jetzt bei uns Das war der, wo ich gesagt habe, dass der so einen übsten Lauf hatte da auf einmal Ja Digger, wieso ist die ganze Zeit hier Gleichstand? Hier verbrennt noch Schießhilfe? Cool Das war gemein Spassi, Alter Fuck Okay, da kann ich nichts machen Ja, Mann Ey, übrigens, wenn du den Collector gefunden hast, schieß auf, wenn er was in der Hand hat, schieß da rauf, Alter Geht das denn kaputt? Der explodiert Ich habe hier gerade gewone-hitted damit Oh leu, okay, nice Wow Alter, ich kann wieder einen übelst die Lackarmee, die ich mit der Granate getötet habe Problem ist aber nur, wenn sie echt mit Snipern umgehen können, ey, dann ist gefährlich, Alter Ja, das stimmt wohl Guck mal Was macht? Mit Wonsh- Äh, er hat mich gewone-shottet Ohne Witz Pass auf, der Typ hat einen übelsten Sniper in der Hand, ey Das ist Haufen Kot, ey Oh, ich bin der Collector Wieso war ich vor lange nicht mehr der Collector? Ja, aber die Runde... Ne, ich war überhaupt noch nicht Achso, okay Ich dachte, du wärst schon mal gewesen Ne Aber die 5 mache ich jetzt noch, schnell Oh leu, er hat mich weggesnackt Das war fies 2 Capture remain So, den machen wir jetzt Das haben wir gewonnen Nein, noch einen Mist Bier noch verbringt Kloch So, zack Nice Toi Yey 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 das Ding nach vorne alter. Jaja, das Sniper ey. Das war der vierte bei uns, schlecht war der vierte bei uns. Keine Ahnung. Oh, dann hat noch was Punkte alter. Geh mal reiten. Oh, ich weiß immer nicht, ob ich mich doch nochmal an das Sniper probieren soll. Kannst du machen. Dann machen wir noch eine Runde Dead Snatch. Danach machen reicht das, was wir heute mit den Folgen. Ja. Ja, ich hoffe die kommen machen noch hier richtig schöne viele Maps rein ey. Ja man, das wär schon Premium. So, dann machen wir diese Waffe. LOL Kaufen? Nein, ich will nichts kaufen. Geh weg. Was haben die denn eigentlich bei... Ist hier was Neues? Bei dem Vorrat nochmal. Aber ich glaub, das hab ich echt noch nicht verstanden, was das Vorrat bedeuten soll, ne? Dünne Genauigkeit verbessern, aber schlechten. Ja ok Wayne, ich probier's jetzt mal so. Oh lol, nein, ich möchte das nicht. Ich will das. Nein, ich verliebe. Die, die, die... Hallo? Hallo? Lol, du warst grad so todesleise. Ich hab gedacht, du wärst in mir weg. Ne, ich hab gerade so dieses... Wieder mit meinem Gesicht im Monitor und meditiert darüber, was jetzt passieren wird. Haha. Haben wir eigentlich schon einmal in den Augen, wenn wir Aufnahmen gemacht haben, ein Spiel überhaupt mal verloren? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, Alter. Oh man. Wieder alle zusammen. Er tanzt! Dich mir tot, Alter. Ehrlich? Ja. Aber ich hab den ersten Kill gemacht. Aber ich brenne wie ein Stück Mist, Alter. Ich sterbe sofort. Oder ich überlebe ganz, ganz knapp. Alter! Ok, da bin ich verrückt, Alter. Oh, Triska ist schon wieder gegen uns, ey. So egal, oder? Aber die snipern, Alter. Das ist der Hammer. Ja, ich sniper auch. Der dann sniper. Ich hab grad schon eingetötet mit der Sniper. Dann sniper. Ja, mach ich doch. Sniper hab ich gesagt. Okay. Was hab ich getan? Ich hab den Sniper erwischt, der Wichser. Alter! In der Luft hat er mich gesnipert, der Bastard. Unglaublich. Kein unglaubliches Sehen schau sich ab, ne? Beihilfe zum Selbstmord, auch gut. Ich war grad auf so einer geilen Sniper-Prosi. Aber dann bin ich irgendwie runtergefasst. Wo bin ich? Ach so. Ich hab den Uppercutzer des Lebens gegeben. Nice. Er hat mich geschlagen! Kai, rechts vor dir. Sammel ein! Hab ich. Hab ich. Aber da bin ich nicht rausgegangen, Alter. Ich hab's in der Killcam noch genau gesehen, Alter. Wie du weggeflogen bist. Oh, Mann! Mist. Kennt ihr das? Ich hab grade so ne große Fresse gehabt. Wir haben immer gewonnen und so. Jetzt verlieren wir voll. Hallo, wie du deine Granat doch mitgenommen hast. Ich muss halt einfach sagen, Alter, dieser Triska ist schon nicht schlecht, obwohl er grad schlicht. Volk, ja. Er ist, ja. Guck mich doch mal an, Alter. Das ist Premium, ey. Ha? Guck mich doch mal an. Ja, du bist sowieso der Held der Nation. Nein, ich sag dir, guck mal wie schlecht ich bin. Aber das ist tatsächlich dieses neue Level. War man hier. Loll, Alter, ich werd nur abgesnipert, Tunger. Keine Chance. Wenn die dich treffen, du bist halbtot und die anderen erledigen den Rest, ey. Ja, hab ich grade auch mit einem gemacht, aber dann wurde es leider auch mit mir gemacht. Vor allen Dingen, du kannst hier übelst gut campen, Alter. Obwohl das wieder voll kein Camping-Spiel ist, Mann. Nee, überhaupt nicht, weil ich hab ja schon mal gesagt, mit diesem rumgezappelt, ey. Ja, aber trotzdem schaffen die dich immer wieder zu treffen, ey. Ja. Alter, meine Güte, ey. Ich hab eine negative KD, oh mein Gott. Echt? Ja. Alter, wie ich, äh, des Todes meines Lebens bin, Alter. Deutsch. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja, Mann. Ich brauch noch mich, es reicht, bis ich ein Flieger auf mein Genick setze und ich sterbe. Wow. Ich bin nur noch ein Haufen Hackfleisch gewesen. Scheiße. Ich hab ihn nicht hochgekommen. Was wisst ihr? Ich häng' fest. Hey. Rechts von uns. Egal, ich bin wüte. Das war's mit mir. Mist. Mist. Alter, dieser Choro Pola ist auch krank, ey. Mist, verdammtes Scheiße, ey. Ich hab ihn nicht geschmeckt. Ich hab ihn nicht geschmeckt. Ich hab ihn verliebt. Und es war's mit mir. Ich hab ihn nicht geschmeckt. eigentlich müsste deswegen das spiel ab 18 sein weil der name ohne hier einmal erwähnt wird ein schuss weg vom seite wie geht das denn so eine krasseste roja weiter wenn ich von zwei seiten beschossen werde keine chance ich krieg meine karte auch nicht mehr gut ich merke dass meine snipe immer stärker wird auf jeden fall warum chillen die denn die chillen zu viert dahinten und kämpfen alter das beleidige leben ja warum soll ich die beleidigen das ist doch voll dämlich alter wenn du das gucken solltest du gottverdammtes stück elend ich hoffe du hast wenn du kämpfst das nicht mal übelst durchfall oder so so etwas anderes eklig ist so scheiße in die hose in der öffentlichkeit oder so da stehst du doch drauf ja noch mal ja die runde gehört nicht uns aber ich versuche jetzt nicht mehr zu sterben 10 13 alter bei mir katastrophe 10 14 sogar glaube ich gleich einfach ja oh mein gott match verloren alter schlicht ja toll gerade bin ich noch gestorben ich bin 8 8 ja guck mich aus alter ich hab ne positiven also ne nuller katte ja ja dee 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 ja das war ja ne nicht so öfter als welche runde leider nicht es gibt tatsächlich in diesem spiel camper ey das ist ja sowas das ist ja wohl der letzte mist ich bin raus ich hoffe es hat euch trotzdem gut gefallen sagt uns mal bitte ganz ehrlich eure meinung in diesem spiel campen ganz ehrlich muss das sein sagt uns mal bitte auch eure meinung ist martin schlecht oder nicht alles klar freunde macht gut macht gut seid brav fänger weg von den drogen und den frauen und den frauen und wenn ihr ohne begegnet lauft um euer leben bitte ich bitte euch lauft um euer leben freunde haut rein haut rein haut rein ciao